Einen Cheeseburger zum Frühstück. Und das hier war die Gamescom 2023. Was geht? Du hast doch auch nur Geld, weil du Schweizer bist. Jo, Leute! Ja, ganz normaler Freitag, würde ich sagen. Ne, ne, hallo! Geht's jetzt noch hier? Sag mal, wo sind wir hier eigentlich? Gamescom? Gamescom. Ey, das kann man sich doch wirklich nicht gehen. Das war auf jeden Fall eine sehr geile Gamescom. Aber jetzt muss ich doch noch erstmal nach Hause.